Ja, gerade mal die Franzosen und Hermoné. Voraussetzung war die Freilichtmalerei. Das hieß raus aus dem Atelier und ab in die Natur. Das Wie der Darstellung interessiert mehr als was. Farbe und Komposition sind von persönlichen Eindruck bestimmt und erstellte Wiedergabe persönlicher Eindrücke. Es ging ihnen um das Erfassen Seelicherregungen und Stimmung, um das Erfassen des Flüchtlings und im Augenblicklichen oder, wenn sie so wollen, um die Wiedergabe von Sinnesandrücke. Und los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 But I came back on my feet I came back to tell Sometimes it's hard to live this Sometimes it hurts But it is just the most rewarding It is forever But it hurts not to be in my mind But it hurts not to be in my heart